Von der Stimme eines beliebten Kinderzeichentrickfilms bis hin zu einem Star, dessen Karriere erst mit 50 Jahren begann. Diese Schauspieler sind zwar nicht mehr da, aber ihre Spuren in der Welt der Unterhaltung sind unvergänglich. Der französische Schauspieler Gaspar Ulliel, der dem internationalen Publikum vor allem durch seine Rolle als junger Hannibal Lecter bekannt war, starb im Januar 2022 an den Folgen eines Skiunfalls. Er war 37 Jahre alt. Ulliel begann seine Karriere in den späten 1990er Jahren im französischen Fernsehen und erhielt Anfang der 2000er Jahre erste Filmrollen. Sein großer Durchbruch gelang ihm 2004 mit einer Rolle in Mathilde Eine große Liebe, für die er seinen ersten César gewann. Seinen zweiten César erhielt er 2017 als bester Darsteller für Einfach das Ende der Welt. Bald darauf wechselte Ulliel nach Hollywood und spielte den titelgebenden Mörder in dem Prequel-Film Hannibal Rising von 2007. Zum Zeitpunkt seines Todes war dies seine größte Rolle, aber das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Leider starb Ulliel einige Monate vor der Veröffentlichung von Marvel's Moon Knight, in dem er Anton Mogar alias Midnight Man spielt, einen Schwarzmarkt-Antiquitätenhändler, der sich mit dem Titelhelden anlegt. Peter Robbins, der vor allem als die Originalstimme von Charlie Brown bekannt war, starb im Januar 2022. Dylan Nowak, Robbins Freund und Agent, erklärte gegenüber der Los Angeles Times, dass die Todesursache Selbstmord war. Er wurde 65 Jahre alt. Der Convention-Stammgast gab sein Leinwand-Debüt in den 60er Jahren und trat in Fernsehserien wie 1000 Meilen Staub und The Monsters auf. Robbins begann 1965, Charlie Brown seine Stimme zu leihen und spielte die klassische Peanuts-Figur bis zum Ende des Jahrzehnts siebenmal. Vor allem in den Spielfilmen Die Peanuts, fröhliche Weihnachten, Der große Kürbis und Ein Junge namens Charlie Brown. Nach Angaben der Times war Robbins so stolz auf seine Arbeit an der Serie, dass er sich Charlie Brown und Snoopy auf den Arm tätowieren ließ. Außerdem war Robbins für eine andere Comic-Verfilmung bekannt. Er spielte Alexander Bumstead in der Live-Action-Serie Blondie, die auf dem gleichnamigen Comic-Strip basiert. Weitere bemerkenswerte Rollen waren in den Fernsehserien F-Troop, Minimax und Meine drei Söhne. Der aufstrebende Schauspieler Moses J. Moseley, der in Serien wie Queen of the South und The Walking Dead auftrat, wurde im Januar 2022 in Georgia tot aufgefunden. Seine Agentin Tabatha Minchu sagte gegenüber The Hollywood Reporter, Moses war ein sehr talentierter Mensch, der ein strahlendes Leuchten um sich hatte. Er wird von seinen Freunden, seiner Familie und seinen Fans sehr vermisst werden. Stets war er ein Bündel voller fröhlicher Energie. Die Behörden gaben die Todesursachen nicht sofort bekannt und leiteten eine Untersuchung ein, um die Umstände zu klären. Er wurde 31 Jahre alt. Moseley arbeitete als Model, bevor er sich der Schauspielerei zuwandte. Er bekam seinen Fuß in die Tür mit einer Reihe von nicht anerkannten Auftritten in Filmen wie Back in the Game, Prakti.com und die Tribute von Panem Catching Fire. Moseley begann 2012 Michons Haustier Mike in The Walking Dead zu spielen und trat in den nächsten Jahren ein halbes Dutzend Mal in der AMC-Hit-Serie auf. Sein bekanntester Spielfilm war Kutsu Zombies von 2017. Moseley hatte mehrere Projekte in verschiedenen Stadien der Produktion, als er von seiner Familie als vermisst gemeldet wurde. Robert Morse ist im heutigen Publikum wahrscheinlich am besten für seine Rolle als Werbemann der alten Schule und Mitbegründer Burt Cooper in Mad Men bekannt. Mit dem Schauplatz in den 1960er Jahren, den Handlungen in der Geschäftswelt und einer sehr denkwürdigen Musiknummer bringt Mad Men Moses ersten Ruhm in Erinnerung. Für seine Rolle als zufällig erfolgreicher Fensterputzer, der zum Firmenstar J. Pierpont Finch wird, in dem Broadway-Musical How to Succeed in Business Without Really Trying, gewann er 1962 einen Tony Award. Vor und nach diesem Durchbruch trat Mose in vielen anderen Bühnenproduktionen auf, darunter The Front Page und True, ein Ein-Mann-Stück über den Schriftsteller Truman Capote, für das Mose seinen zweiten Tony Award erhielt und einen Emmy für die Fernsehadaption. Auch in Film und Fernsehen war er jahrzehntelang zu sehen, unter anderem in Teen Titans Go, American Crime Story und der Filmversion von How to Succeed in Business Without Really Trying. Am 20. April 2022 teilte Moses Sohn Charlie dem Sender KABC mit, dass sein Vater gestorben sei. Mose wurde 90 Jahre alt. Mike Haggerty war einer der produktivsten und bekanntesten Charakterdarsteller der letzten 40 Jahre, der in mehr als 100 Filmen und Fernsehsendungen auftauchte. In der Regel spielte er einen ruppigen Arbeitertyp, mit einem großen Schnurrbart und einem ausgeprägten Chicagoer Akzent. Blau, blau, blau. Meine Mutter war richtig. Ich war nur ein großer Schmerz mit Arme und Lagen und eine Kopf. Zu Haggerty's bekanntesten Rollen gehörten Davy, ein Angestellter eines Kabelfernsehsenders in Wayne's World, der Hausverwalter Mr. Trigger in Friends, der beste Freund der Hauptfigur im Originalfilm Overboard, ein Autohausbesitzer in Lucky Louie und eine Hauptrolle in der The George Carlin Show. Haggerty spielte kürzlich einen Kapitän in mehreren Episoden von Brooklyn Nine-Nine und den Farmer Ed Miller in Somebody Somewhere. Auf Instagram teilte Somebody Somewhere-Star Bridget Everett mit, dass Haggerty am 5. Mai 2022 in Los Angeles gestorben ist. Die Todesursache des Schauspielers, der 67 Jahre alt wurde, wurde nicht bekannt gegeben. In seiner Karriere, die sich über mehr als 200 Rollen bis in die frühen 1970er Jahre erstreckte, wurde Philip Baker Hall zum Inbegriff eines Charakterdarstellers, der seine raue Stimme und seinen intensiven Blick in unzähligen Filmen und Fernsehsendungen zum Einsatz brachte. Hall wurde erst relativ spät in seiner Karriere zu einem Liebling der Filmemacher. Dem Publikum ist er wahrscheinlich am besten als Lieutenant Joe Bookman bekannt, ein wortkarger Bibliothekskop, der hartnäckig gegen Jerry Seinfeld wegen eines jahrzehntelang überfälligen Buches aus der gleichnamigen Show des Komikers ermittelt. Man kennt ihn auch als den einschüchternden, aber insgeheim netten Nachbarn Walt in Modern Family, als Dr. Morrison in Lassus Larry und als Nilpferd-Gastgeber Hank Hippopoulos in BoJack Horseman. Drehbuchautor und Regisseur Paul Thomas Anderson besetzte Hall zudem in prominenten Rollen in Last Exit Reno und Boogie Nights. Wie Halls Tochter mitteilte, starb der Schauspieler am 12. Juni 2022 zu Hause in Glendale, Kalifornien. Hall wurde 90 Jahre alt. Gregory Itzin hatte eine lange Karriere als Charakterdarsteller, die mehr als 40 Jahre andauerte. Am bekanntesten wurde er jedoch durch seine Rolle in dem erfolgreichen Action-Drama 24. Itzin verkörperte Charles Logan, einen hinterhältigen Vizepräsidenten, der sich seinen Weg ins Präsidentenamt erschleicht. Für diese Rolle wurde Itzin zweimal für den Emmy Award nominiert. Einmal als herausragender Nebendarsteller in einer Dramaserie und einmal als Gastdarsteller, als er gegen Ende der 24-Serie zurückkehrte. Neben Rollen in verschiedenen Star Trek-Serien, The Mentalist, Navy CIS, Covered Affairs und Friends, hatte Itzin eine kleine Rolle in die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug von 1980 als ein am Flughafen arbeitender Sektenanwerber. Tragischerweise unterzog sich Itzin im Juli 2022 einer Notoperation, deren Komplikationen sich jedoch als tödlich erwiesen. Er wurde 74 Jahre alt. Tony Zirico, vielleicht der Inbegriff eines Nebendarstellers, der sich darauf spezialisiert hat, elegante, aber einschüchternde Mafiosi zu spielen, fand die Rolle seines Lebens als Paulie Walnuts in der weltweit gefeierten modernen Mafia-Saga Die Sopranos von HBO. Er spielte ähnliche Rollen in Goodfellas, Bullets over Broadway und Geliebter Aphrodite. Seine erste Filmarbeit war eine Statistenrolle in Crazy Joe, einem Drama über das organisierte Verbrechen. Zirico wandte sich der Rolle fiktiver Gesetzesbrecher zu, um einem realen Leben voller Verbrechen zu entkommen. Als Kind und junger Erwachsener wurde er 28-mal verhaftet, außerdem hatte er Verbindungen zur Verbrecherfamilie Colombo. In den letzten Jahren und nach Die Sopranos nutzte Zirico sein Image und seine Neigung, typisiert zu werden, indem er harte Charaktere in Comedy-Sendungen spielte, wie einen Gangster in American Dad und einen ruppigen Hund in Family Guy. Ziricos Manager bestätigte gegenüber den Medien, dass der Schauspieler am 8. Juli 2022 gestorben ist. Er wurde 79 Jahre alt. Paul Savino arbeitete in den 60er und 70er Jahren in Charakterrollen und auf der Bühne. 1973 erhielt er eine Tony-Nominierung für That Championship Season am Broadway. Nach einer Hauptrolle in dem kurzlebigen Die Straßen von San Francisco-Spinoff-Superstar spielte Savino seine Rolle als Phil Romano in der Filmversion von That Championship Season erneut. Das war sein schauspielerischer Durchbruch. 1990 erhielt Savino Rollen in großen Filmen, die zu seinem Markenzeichen werden sollten. Der Gangster Lips Manless in der Verfilmung von Dick Tracy und der väterliche berechnende Mafia-Boss Pauli Cicero in der Verbrechersage Goodfellas. Neben Kriminellen spielte Savino auch viele Autoritätspersonen, wie einen Sergeant zu Beginn der Serie Law & Order, Julias Vater in Bass Lerman's Romeo plus Julia, Henry Kissinger in Oliver Stone's Nixon und Frank Costello in Godfather of Harlem. Savino starb am 25. Juli 2022. Nach Angaben des Publizisten des Schauspielers war ein natürlicher Grund dafür verantwortlich. Savino wurde 83 Jahre alt. Tony Dow ist vor allem durch eine Rolle in Erinnerung geblieben, die er schon früh in seinem Leben und in seiner Karriere gespielt hat. Von 1957 bis 1963 spielte er den blitzsauberen 50er-Jahre-Teenager Wally Cleaver in Erwachsen müsste man sein, eine Erfolgsserie des goldenen Fernsehzeitalters. Nach dem Ende von Erwachsen spielte Dow den Chat in der melodramatischen, auf Teenager ausgerichteten Seifenoper Never Too Young, aber in den Jahrzehnten danach trat er nur noch gelegentlich auf. Dow hatte Gastauftritte in Serien wie Adam 12 und Mord ist ihr Hobby. Er kehrte häufig in die Rolle zurück, die ihn berühmt gemacht hatte, sei es als Co-Star in der 1980er-Neuauflage von Mein Lieber Bieber oder als Darsteller in einem Cameo-Auftritt in Kentucky Fried Movie. In den 80er-Jahren schlug Dow eine Karriere als TV-Regisseur ein und leitete schließlich Episoden von Serien wie Mit Herz und Scherz und Babylon 5. Im Mai 2022 erhielt Dow eine Krebsdiagnose. Im Juli 2022 starb der Schauspieler im Alter von 77 Jahren. Leslie Phillips spielte in mehr als 170 Projekten mit, und das in einer Karriere, die weit über 80 Jahre andauerte. Und doch ist er, zumindest im jüngeren amerikanischen Publikum, am besten für eine Rolle bekannt, in der er überhaupt nicht auf der Leinwand zu sehen war. Er war die Stimme des schelmischen Zauberhuts in Harry Potter und der Stein der Weisen und Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Hm, schwierig, sehr schwierig. Weitere große Karriere-Höhepunkte waren das Drama Venus, für das er 2007 für einen BAFTA und andere Preise nominiert wurde, und Lara Croft Tomb Raider von 2001. Als einer der produktivsten und typisch britischen Schauspieler spielte Phillips oft britischer Archetypen, trat in TV-Bühnenadaptionen auf und spielte Mitte des 20. Jahrhunderts mehrere Rollen in der langjährigen Carry-On-Reihe, die das britische Leben und die britischen Befindlichkeiten aufs Korn nahmen. Phillips starb am 7. November 2022 nach langer Krankheit im Schlaf. Der Schauspieler wurde 98 Jahre alt. Clarence Gilead Jr. war sowohl in der Schauspielerei als auch in der Wissenschaft erfolgreich. Auf der Bildungsseite erwarb er seinen Bachelorabschluss in Schauspiel an der California State University Long Beach und der California State University Dominguez Hills. Später erwarb er einen MFA in Theateraufführung an der Southern Methodist University. In der Unterhaltungsbranche gab Gilead 1986 sein Filmdebüt in Top Gun, wo er den Piloten mit dem Rufzeichen Sundown spielte. Danach schloss er sich einer der denkwürdigsten Bösewicht-Crews der Filmgeschichte an, als er sich mit Alan Rickmans Hans Gruber in Stierb langsam zusammentat. Aber so richtig beliebt wurde er bei den Fernsehzuschauern in Walker, Texas Ranger als Chuck Norris-Handlanger Jimmy Trivette. Traurigerweise starb Gilead im November 2022 im Alter von 66 Jahren. Universität von Nevada Las Vegas bestätigte seinen Tod und die Lehrstuhlinhaberin für Film Heather Edison sagte laut Deadline, Professor Gilead war ein Fanal des Lichts und der Stärke für alle um ihn herum an der UNLV. Helen Slayton Hughes wurde vor allem durch ihre Rolle der unglaublich schrulligen Ethel Beavers in Parks and Recreation bekannt. Ethel war eine Gerichtsstenografin, die gegen Tom Haverforts Charme immun war und von Andy und April als ihre Großmutter adoptiert wurde. Natürlich war das bei weitem nicht die einzige Rolle, die sie spielte. Die 1930 geborene Slayton Hughes begann erst im Alter von 50 Jahren mit der Schauspielerei. Im Laufe der Jahre tauchte sie in Fernsehserien wie Brooklyn Nine-Nine, New Girl, Arrested Development, True Blood und The West Wing auf. Außerdem spielte sie in Filmen wie dem Oscar-nominierten Good Night and Good Luck und dem Veronica Mars-Film mit. Slayton Hughes' Tod wurde von ihrer Familie am 8. Dezember 2022 auf Facebook mit einer Erklärung bestätigt, in der es hieß, Helen ist letzte Nacht verstorben. Ihr Schmerz ist vorbei, aber ihr wilder Geist lebt weiter. Danke für die Liebe und Unterstützung für ihre Arbeit. Danke für die Liebe und Unterstützung für ihre Arbeit.